Trauer um Michael Kahr, der frühere RTL-Moderator ist tot. Die Meldung wurde vom Sender selbst im Fernsehen verbreitet. Köln, Michael Kahr, früherer Moderator bei RTL, ist gestorben. Die traurige Mitteilung wurde am Donnerstag, 17. Oktober, in der Nachrichtensendung RTL aktuell vom Sender selbst verbreitet. Der Journalist und langjährige RTL-Moderator ist tot. Das hat seine Lebensgefährtin dem Sender bestätigt, hieß es in der kurzen Meldung. Michael Kahr hatte 1984 beim Frühstücksfansehen in Luxemburg begonnen und war jahrelang Vertreter von Hans Meiser und Peter Klöppel bei RTL aktuell. Michael Kahr ist tot, er moderierte bei RTL aktuell und im Nachtjournal. Kahr war eines der ersten Gesichter des damals ganz neuen Senders RTL+, der Teil einer TV-Revolution war, das Privatfansehen steckte zu dieser Zeit noch in den Anfängen. Kahr war von Anfang an dabei, wie die damals beteiligte Saarbrücker Zeitung einst in einem Rückblick auf den Start von RTL berichtete, obwohl Kahr zu dieser Zeit noch Zeitungsvolontär war und in die Rolle des Moderators schlüpfte. Michael Kahr blieb RTL auch nach dem Umzug nach Köln treu. Dem Bericht zufolge blieb Kahr RTL auch nach dem Umzug von Luxemburg nach Köln treu. Er war nicht nur bei RTL aktuell tätig, sondern auch beim Nachtjournal, wie RTL.de verzeichnet. Im Internet sind noch verschiedene Videos zu finden, die seine früheren Moderationseinsätze dokumentieren. Es wurden zunächst keine Informationen über die Todesursache oder weitere Umstände publik. Die Webseite geboren.am gibt den 17. September 1953 als Kahrs Geburtsdatum an, er wurde also wohl 71 Jahre alt. Für alle die Michael kannten. Ruhe in Frieden, postet eine Nutzen auf Facebook. RIP, Ruhe in Frieden und Trip Micha, drücken Menschen in den Kommentaren ihre Bestürzung aus. Voriges Jahr trauerten RTL und Sky um Burkhard Weber.